Auftritt mit Florian Silbereisen macht Anna Amakova nervös Anna Amakova, 24, eroberte bei Let's Dance die Herzen der Zuschauer. Seitdem ist die Tochter von Boris Becker, 56, kaum noch aus der Öffentlichkeit wegzudenken. Gerade erschien ihr neuestes Lied, ein Cover des Megahits Something Stupid. Das romantische Duett wird das Model am Samstag gemeinsam mit Florian Silbereisen, 42, beim Schlagerbohrm Open Air Live singen. Im Prama Flash Interview verrät die Supertalent-Jurorin, dass sie ein bisschen aufgeregt vor der Performance auf der großen Bühne sei. Mein Herz rast, aber ich freue mich sehr, erklärt der Dancing Star 2023 und lacht dabei etwas nervös. Ihre Fans haben schon in die Aufnahme reingehört und waren begeistert. Ich liebe diesen Song. Es ist eines meiner Lieblingslieder und eure Version klingt so toll, freute sich eine Usierin unter einem Instagram-Post der Sängerin. Das Original stammt von Frank Sinatra, Kreuz 82, und seiner Tochter Nancy, wurde aber auch schon von Robbie Williams, 50, und Nicole Kidman, 56, eingesungen. Anna weiß den Support ihrer Fans zu schätzen. Die 24-Jährige schrieb zu der Ankündigung der Single, vielen Dank für eure kontinuierliche Unterstützung und netten Worte. Mit ihren Tanzeinlagen bei Let's Dance hatte Anna nicht nur die Zuschauer begeistert. Gemeinsam mit seinem Tanzpartner Valentin Lusin, 37, hatte der Rotshop sogar einen Rekord aufgestellt. Von der Jury waren ihr 11 mal 30 Punkte verliehen worden. Damit hatte sie den bisherigen Rekord von Ella endlich, 39, gebrochen, die 2019 10 mal die höchste Punktzahl von Motsi Mabuse, 43, Joachim Lambi, 59, und Jorge González, 56, erhalten hatte. Nach ihrem finalen Auftritt war die Prometochter ganz emotional gewesen, meine Let's Dance Reise war unglaublich. Ich werde diese Zeit nie vergessen.